Was ist das zweite Mal, dass ich mich mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen beschäftige? Das erste Mal war es vor zehn Jahren. Damals haben wir mit dem thüringischen Ministerpräsidenten Dieter Althaus nach Lösungen gesucht, um Alternativen zur Agenda 2010 diskutieren zu können und haben das bedingungslose Grundeinkommen damals thematisiert. Und jetzt ein zweites Mal, nicht zuletzt als Folge der Digitalisierung, die im Wesentlichen unsere ganze Arbeitswelt der Zukunft völlig neu gestalten wird. Und da dachte ich, ist es der richtige Zeitpunkt, das Thema wieder aufzugreifen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist aus meiner Sicht eine logische Weiterentwicklung und Modernisierung des Konzepts der sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft hat Deutschland nach dem Krieg wieder nach vorne gebracht, das Wirtschaftswunder ermöglicht. Und genauso sehe ich das eben auch jetzt. Wieder sind wir an einer Bruchstelle mit der Digitalisierung. Und das bedingungslose Grundeinkommen hat das Potenzial, eben hier wieder für ein Wirtschaftswunder Deutschlands im 21. Jahrhundert zu sorgen. Und auf der einen Seite Wirtschaft und auf der anderen Seite das Soziale in Irenik, also Harmonie zusammenzubringen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist die perfekte Antwort auf den demografischen Wandel, der ja zwei Komponenten hat, die in diesem Kontext wichtig sind. Einmal die demografische Alterung, dass immer mehr Menschen länger leben. Und auf der anderen Seite die Individualisierung, dass klassische Formen des Zusammenlebens nicht mehr die Regel sein werden. Dass Mann und Frau und zwei Kinder nicht mehr ein ganzes Leben lang zusammen verbringen werden. Und das bedingungslose Grundeinkommen greift genau diese Themen auf und führt sie zu einer Lösung für das 21. Jahrhundert. Ich habe das große Privileg, jeden Tag als Hochschullehrer mit jungen Menschen zu tun zu haben. Und ich spüre aus dieser Arbeit und diesem Feedback mit den Jungen heraus, dass die kommende Generation nicht sich damit zufrieden gibt, alte Systeme, die vor 150 Jahren durch Bismarck entwickelt worden sind, in einer völlig anderen Zeit, auch in Zukunft weiterzutragen. Diese jungen Generation will eigenständige Antworten selber entwickeln, die ihrer eigenen Lebenswirklichkeit und Alltag des 21. Jahrhunderts entsprechen. Das bedingungslose Grundeinkommen habe ich ja nicht weiterentwickelt, um damit alle Zukunftsprobleme für alle Zeiten umfassend und abschliessend zu lösen. Ich denke, das wäre zu vermessen und der völlig falsche Angang, zu glauben, dass jetzt mit einem solchen visionären Konzept alle Probleme der Zukunft gelöst würden. Aber es soll eine Referenzgrösse sein. Es ist ein Modell, an dem sich jetzt alle reiben können und ihre Interessen einbringen können, um dann entsprechend dieses soziale System zu definieren, das eben mehrheits- und konsensfähig ist. Und das ist die Absicht, nicht eine abschliessende Lösung, sondern einen Diskussionsbeitrag vorzulegen.